Ich hab in Österreich gespielt, in Wien. Nach der Vorstellung sind wir im Biergarten gegangen. Wir wollten noch was essen. Wir saßen im Biergarten, 12 Uhr nachts. Und da kam die Bedienung. So eine herzliche Wiener Bedienung. So eine Mischung aus Hans Moser und Hannibal Lecter. Er kam mit einem Tablett voller Getränke, stellte Tablett auf den Tisch und sagt, nehmt sie sich selber runter, ihr habt es ja selber bestellt. Das Essen brachte er nach dem gleichen Prinzip. Ein paar Minuten später fiel auf unserer Seite im Biergarten das Licht aus. Ich war stinkesauer, weil ich mir dachte, die Sau macht es extra, der will uns loshaben, der will Feierabend haben. Ich wusste nicht, dass denen wirklich eine elektrische Leitung durchgeschmort war. Also ich so laut, hey, Opa, komm mal her. Hannibal Moser erschien und braucht man noch was? Und ich so, ja, in Osram wär nicht schlecht. Er schaut mich an, hat in einer zehntel Sekunde reagiert und folgendes zu mir gesagt, er braucht sein Licht. Kein Problem, ich geh schon nach hinten, mach Elektrikerlehre und dann komm ich wieder. Okay, nice day.